Und ich habe eines Tages gesagt, ich muss einfach anders leben. Mein Leben muss ändern, jetzt. Ich kann nicht mehr so weitermachen wie die meisten anderen Leute. Ich muss endlich gesund werden. Ich bin jetzt frei, kein Dunkel mehr, jetzt ist da Licht überall. Wow! Die Welt hört sich nicht nur nur um, die Welt hört sich jetzt so an. Diese alte Zeug, die wir Angst haben, all diese Jahre, das ist blöd, das ist kein Grund dafür. Wir sind alle selber. Nee, wir haben alles, alles verkehrt gebracht. Alles. Dein Herz singt ein Lied, was dein Gehirn niemals verstehen kann. Es ist so tragisch, dass wir Liebe und Lärm erzielen. Wir müssen Liebe einfach nicht wegnehmen. Es gibt nur zwei Dinge im Universum, Liebe und Angst. Liebe ist die Wahrheit und Angst ist das Nichtwissen von der Wahrheit. Es ist kein Grund, ein Tier kaputt zu machen. Ein Ding, was euch antwortet, ist die bliebende Augen. Warum macht ihr ihn kaputt? Ein herrliches Frühstück. Warum existieren wir? Nicht zum Kämpfen, nicht für Geld zu machen. Wir existieren, um ein Erlebnis zu haben. Ein Erlebnis von Liebe, von der Natur. Ich bin ein normaler Mann. Und jetzt ist es all über ihr. Gesund sein ist viel mehr als nur was wir essen. Unsere Gesundheit ist ein Spiegel von unserer Beziehung mit uns selbst, mit anderen und mit alles. Ihr seid die Zukunft. Ich staune immer, wie viel Überlebungskraft wir haben. Wie oft wir eine Chance haben, es endlich richtig zu machen. Und jetzt sind es ein Spiegel von unserer Beziehung. Und jetzt sind die Schreie, von der Natur ist ein Spiegel von der Natur. Wie oft wir eine Chance haben, es eigentlich nur das und withen die Schlüssel. Ich bin ein Stuhl. Und jetzt ist es nicht schlimm, am Randy Stuhl. Die Antwort, die ihr sucht, die hat euch nie verlassen, die war immer da. Von dem Moment, wo ihr geboren war. Die Zukunft, meine Freunde, lebt ins Herz. Die Zukunft, meine Freunde, lebt ins Herz. Die Zukunft, meine Freunde, lebt ins Herz. Die Zukunft, meine Freunde, lebt ins Herz.